... so viel dazu erzählen, das erklärt sich alles von selbst. Wir müssten es aber umschreiben, weil es sind ja viel mehr als zwölf hübsche Frauen hier. Ja, heute, ne? Mindestens, wenn nicht sogar 13. Wer möchte wissen, wo er schläft? Ich sage jetzt nicht Arsch, nein. Also wer wissen will, wo der wohnt heute Nacht, das kann ich gerne verraten. Dann könnt ihr ihn verprügeln und missbrauchen. Er steht drauf. Das nächste Lied. Du stand der Bühne, du schliegst. Der Bühne, du schliegst. Der Bühne, du schliegst. Musik 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 Musik